Musik Hossa meine Freunde oder nicht Freunde Es geht weiter mit Let's Play Star Wars Battlefront 2 Wie man hier sehen kann Machen wir den Planet Tatooine 4 Und hier sitzt ein Raumschiff Das irgendwie an dem Planet angekoppelt ist Und da sind wir auch schon Kennt ihr das Gefühl Wenn man gerade etwas Schlechtes gegessen hat Eines richtig dreckig geht Und man kriegt den Geschmack einfach nicht raus Sprengt die erstmal durch die Luft Ist logisch Oha Wie gehen die Wie gehen die ab hier Okay Ja Auf jeden Fall ist das nicht schön Wenn man jetzt irgendwas Schlechtes Oder etwas halbwegs Schlechtes gegessen hat Dann fühlt man sich nicht so gut Ich nehme jetzt einfach mal Neu auf und Übertreibe mal mit den ganzen Macht gleich Ja wie viele machen die denn bitte schön Also das ist nicht mehr lustig Ne So ok Oh es ist doch Wie viel Wie viele Einheiten habe ich denn noch 35 Das sind so viele Dass man das gar nicht rein schafft Aber irgendwie egal Ja erobern Erobern Go Schaffen wir Los Boah wie es hier abgeht ne Haha er fliegt das nur weg Ups So ok Gut Ah wir können hier ein Jedi spielen F1 Darth Vader Oh yeah Geile Sache Ja da wollen wir gleich mal hier auskosten Wie gesagt Man kann noch ein paar Jedi spielen Aber Dann halt Ähm Ja nicht In jedem Level Aber Wurde auch mal wieder Zeit Dass wir Falscher Knopf Dass wir mal wieder einen Jedi spielen Aber wir werden hier denke ich mal Ziemlich schnell Tot gehen Weil hier Ja Ziemlich viele Feinde sind Die kann man am besten mit dem Lichtschwert Wurf Ups das war jetzt Aus der Seen getroffen Das sollte man doch mit Darth Vader schaffen Ähm Weil Das ist Mit dem Einheiten Das sind ziemlich viele Das ist Ja Ein bisschen schwer jetzt aber Das haben wir geschafft Das haben wir Gut hingekriegt Lassen wir nochmal ein paar Leute töten Und Es geht Zurück Jetzt Müssen wir nochmal ein paar Dengan zerstören So Und auch nochmal zwei Perfekt Davor Jeder kann noch fliegen Äh Die können auch Alle noch andere Fähigkeiten Aber Ich Äh Weiß jetzt nicht Wie man halt hier umstellt Aber Joa Ne Gut Muss ich lang Hier Nein Äh Habe ich eine Karte Habe ich eine Karte Nein Habe ich Ne Wohin geht es Bitteschön So Mach's gut Hier rein Bestimmt Oder Gut Dann hier lang Und dann Da rein Joa Wir halt sind da Vorher Wir können ja alles Überfliegen Hier sind jetzt erstmal Ein paar Gegner Oder auch Nicht Und nun Hauen wir ab Mit dem Fragment So Okay Ja Oh Wie geht denn da Hier ab Scheiße Ja Weißt du was Ich töte meine Eigene Leute Aber die Überleben Das ist mal wieder So logisch Dass ich das Nicht fassen kann Warte wenn er Das gemacht hätte Ne Ich schwör Dich mal Verpissen Oh Fuck Was ist jetzt Oder Äh 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 Was müssen wir machen Was müssen wir machen Ähm Lol Was müssen wir machen Hallo Wie dumm ist das denn Scheiße Oh Bist du blind Das löffst Ja So Ja Verdammte Kacke Was muss ich machen Was zur Hölle Ich weiß es echt nicht Ne Das ist doch so scheiße Ist das vielleicht Ein Bug oder so Oder muss man Irgendwann abschalten Ne Wird ja auch nicht Auf der Karte Angezeichnet Ne Vielleicht alle Leute Noch töten Wird aber schwer Mit drei Einheiten Ja Das ist Gut eine Das Können wir schon mehr vergessen Tut mir leid Dann Äh Werden wir uns Dann denke ich mal Denk dir blöd Ja Da wurde halt auch nicht Mehr viel Lebensenergie Ähm Prinzessin Lea Mach die Nier Wuhu Wir haben es mit Den letzten Einheit noch Geschafft Wir mussten sie töten Aber sie wurde Nicht angezeigt War wohl irgendwie ein Bug Gut dann würde ich sagen Wir sehen uns Im nächsten Part wieder Bis dahin Und ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute Vielen Dank.